Peggy Angana war eine US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin sowie Fotomodell, Leben. Peggy Angana war das einzige Kind von Virginia Garner, Gap Swernstone einer Theaterschauspielerin und William H. Garner, einem aus England stammenden Offizier der US-Army. Ihre alles beherrschende Mutter war es, die sie bereits vor ihrem sechsten Lebensjahr in Theaterworkshops und auf den Laufsteg schickte. Im selben Jahr zogen Mutter und Tochter nach Hollywood, wo diese 1938 erstmals in einem Spielfilm zu sehen war. Ihre Eltern, die sich über die Erziehung der Tochter stets in Streit miteinander befanden, ließen sich 1947 scheiden. Peggy Angana selbst, die hin und her gerissen wurde, suchte persönlich vor Gericht an, bei ihrem Vater leben zu können, jedoch ohne Erfolg. In den frühen 1940er Jahren wirkte Garner erstmals in größeren Spielfilmen mit. 1943 stand sie zusammen mit Elisabeth Taylor im Film Die Weise von Lowood vor der Kamera, in dem sie die junge Titelfigur verkörperte. 1944 wirkte sie in der Kronenverfilmung Schlüssel zum Himmelreich mit, in der Gregory Peck die Hauptrolle spielte. 1946 wurde sie im Alter von 13 Jahren für ihre Darstellung in Attrigros in Brooklyn mit dem Juvenile Award einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Zahlreiche späte Rollen jedoch blieben hinter dem erwarteten Erfolg zurück, so dass ihre Filmkarriere in den frühen 1950er Jahren zum Erliegen kam und sie fortan überwiegend in Fernsehserienrollen übernahm. 1950 debütierte Garner am Broadway und war bald ein bekanntes Gesicht in New York City. Ende der 1960er Jahre zog sich Garner aus der Schauspielerei zurück und trat nur mehr sporadisch vor die Filmkamera. Ihr bekanntester Film in jener Zeit war die 1978 produzierte Filmkomödie Eine Hochzeit von Robert Oldman. Peggy Angarner war dreimal verheiratet. Am 22. Februar 1951 heiratete sie Schauspieler Richard Theis von dem sie sich jedoch nach zweieinhalb Jahren am 13. Oktober 1953 scheiden ließ. Am 16. Mai 1956 heiratete sie den Schauspieler Albert Salmi, mit dem sie ihr einziges Kind bekam, Tochter Katharine Anzalmi. Die Ehe hielt bis zum 13. März 1963. Ihr dritter Ehemann, Kenyon Foster Braun, den sie am 7. August 1964 heiratete, gehörte der Mittelschicht an. Auch von ihm ließ sich Garner nach vier Ehejahren 1968 scheiden. Peggy Angarner, die mit einem Stern auf dem Hollywood-Work-of-Film geehrt wurde, starb im Alter von nur 52 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Albert Salmi, Ehemann Nummer 2, starb nur sechs Jahre später, 1990. Ihre Tochter Katharine An verstarb 1995. Filmografie 1939. Nur dem Namen nach. 1942. Der Rattenfänger von Hameln. 1943. Die Weise von Lohut. 1944. Schlüssel zum Himmelreich. 1945. Ein Baum wächst in Brooklyn. 1947. Daisy Canyon. 1949. Bombard der Dschungelboy. 1949. Die Raubkatze. 1951. Teresa. 1961. Bonansha. 1963. Peri Mason. 1978. Eine Hochzeit. 1978. Verrat an Juli Roy.